Hallo! Hallo, werdet ihr? Hallo! 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 Ich habe richtig Bock, irgendwie auch hier in einem Stadion das Spiel heute zu sehen, weil wir hier auch aktiv sind und brenne richtig. Ich freue mich nur auf die Bundesliga, dass es wieder losgeht. Ich habe auch seit mittlerweile 25 Jahren eine Dauerkarte und aufgrund des letzten Spieltags der letzten Saison ist man natürlich, wie soll man sagen, umso heißer auf die neue Saison. Hallo! 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 Ich hoffe, dass es eine spannende Bundesliga-Saison wird wie die letzte Saison und dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird, mal zur Abwechslung vielleicht nicht mit Bayern an der Spitze und drücke ganz fest die Daumen, dass Dortmund in der nächsten Saison die Meisterschaft holt. Ich glaube, das BVB wird Meister und Karimadiemi wird die meisten Tore machen. Mein Lieblingsspieler ist Marco Reus, also wenn er hier gleich reinlauft, hätte ich jetzt Kopfschmerzen. Wunderschönen guten Abend heute hier aus der Küppel im Hellmeister. Alles guten Abend! Steine! Die Kamera! Die Lennart, Kleine! Steine Morg, Omerflieg! Steine Morg, Omerflieg! Gibt es? Klaren! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.